Pietro Pomponazzi war ein italienischer Philosoph und Humanist der Renaissance-Leben. Seine Ausbildung begann in Mantua und wurde in Pondua vervollständigt, als er dort 1487 Doktor der Medizin wurde. 1488 bekam er einen Ruf als Professor für Philosophie an die Universität Padua. Von 1495 bis zur Schließung der Universität 1509 war er Inhaber des Lehrstuhls für Naturphilosophie. Danach nahm er eine Professur an der Universität Faara an. 1512 wurde er nach Bologna eingeladen, wo er bis zu seinem Tod blieb und wo er seine bekanntesten Werke geschrieben hat. Lehre, zu seiner Zeit herrschte in Florenz an der Universität der Platonismus. In Pondua dagegen bestand eine aristotelische Richtung, man stützte sich dabei auf die Kommentare des mittelalterlichen Philosophen Ibn Rushd. Die Aristoteles-Auslegung nach Albertus Magnus und Thomas von Akin war schulastisch, während die Averroisten zwischen aktivem und passivem Intellekt unterschieden. Der aktive Intellekt sei unsterblich, der passive gehe beim Tod unter. Pomponazzi wandte sich in seinem Hauptwerk Die Immortalitate enneme gegen beide Auffassungen. Er verwarf im Sinne der Aristoteles-Auslegung des antiken Kommentators Alexander von Aphrodisias und wie schon vor ihm Johannes bereiden, Jeden, Glauben an eine Unsterblichkeit der menschlichen Seele und widersprach damit Papst Leo X., der 1513 auf dem 5. Laterankonzil in der Bulle Apostolizieregimenes die Lehre von der Sterblichkeit der Seele gerade verurteilt hatte. Punkt. Weil mit seiner Lehre die Drohung der Kirche mit Höllenqualen nach dem Tode unwirksam wurde, erhielt Pomponazzi Beifall seiner Leser, stieß aber beim Papst auf deutlichen Widerstand. In Venedig wurde sein Hauptwerk öffentlich verbrannt, der Papst verurteilte es. Es erschienen zahlreiche Gegentraktate, unter denen Popoazis Hauptgegner Nifo die wirkungsmächtigsten verfasste. Außerdem wurde er bei der römischen Kurie wegen Frivolität und Ketzerei angeklagt. Zu seinem Glück setzte sich der dort einflussreiche Humanist und spätere Kardinal Pietro Bembo für ihn ein. Er kam vor kein Kirchengericht. Die Schriften Apologia und Defensorium dienten vor allem zur Verteidigung gegen die Attacken seiner Gegner. Pomponazzi gilt als Begründer des sogenannten Alexandrismus, einer Strömung der italienischen Renaissance-Philosophie. Er formulierte auch die Lehre von den drei Betrügern Moses, Christus und Mohammed, zog die Existenz im materieller Geister wie der Engel in Zweifel und vertrat entschieden die Lehre von der doppelten Wahrheit. Damit verteidigte er seine von der kirchlichen Lehre abweichenden Erkenntnisse. Pomponazzi sieht das Wesen des Menschen in der Fähigkeit über die Natur hinaus zu gehen. Die Bestimmung des Menschen, dessen Seele immanent ist, liegt daher nicht im Jenseits, sondern im Aufbau der moralischen Ordnung im Diesseits. Der Lohn des tugendhaften Handelns ist die Tugend selbst, indem sie den Menschen glückselig macht. Poporzis Botschaft lautet, Tu dir und deinem nächsten Gutes dem Laster haften wird das Laster selbst zur Plage. Anführungszeichen. Widersprüche in seinen Ansätzen ergeben sich großen Teils dadurch, dass er in manchen Fällen keine allzu weite Entfernung von der kirchlichen Lehre riskieren wollte. Deshalb griffe er auch auf die Lehre von der doppelten Wahrheit zurück. Man könne stets zwischen der im Wissen begründeten Erkenntnis und dem Glauben unterscheiden, so dass man im Glauben an der Unsterblichkeit der Seele festhalten könne, auch wenn man sie philosophisch verwerfe. Werke De Intensione Eremissione Formarum 1514, De Rejectione 1515, De Actionreali 1515, Tractatus De Immortalitate Enneme 1516, Apologia Contra Conterinum 1518, Defensorium Adversus Augustinum Nifum 1519, In Libros De Anima 1520, La Psychologiae di P. P. Commentuale De Anima di Aristotele 1877, De Naturalium Effectium Admirandum Cossissive De Incantation Nibus Libra 1520, Tractatus De Nutricione E Augmentatione 1521, Dubitationes in I.V. Meteorologicorum Aristoteles Libra 1563, Questio De Immortalitate Enneme 1504, Questio De Unitate Intellectus 1504, Ausgaben und Übersetzungen, Paul-Oskar Christella, To Unpublished Questions on the Soul of Pietro Pomponazzi, In Medievaliae e Humanistica 9, 1955 s. 76-101, Richard Lemay, Petri Pomponazzi, Imantuani Libri Quinc de Fatto, De Libero Arbitrio e De Predestinatione, Thesaurus Mundi, Luca 1957, Burkhard Moesisch, Pietro Pomponazzi, Abhandlung über die Unsterblichkeit der Seele, Meine, Hamburg 1990 ISBN 3-7873-09829 Antonio Poppi, Pietro Pomponazzi, Corsi Inediti dell Insignamento Padovano